Der Bitcoin-Kurs tänzelt weiter um die 17.000 US-Dollar-Marke herum. Heute darunter mit gemischten Gefühlen geht es also in den Mittwoch. Und wir fragen uns, wie es denn jetzt weitergehen kann. Denn gucken wir uns mal den Finanzmarkt an. Dort läuft es derzeit Bullish auf dem Kryptomarkt eher nicht so toll. Und es kommen immer weitere Gerüchte und Folgen aus der ganzen FTX-Krise heraus. Ich will das Ganze heute nochmal ein bisschen abschließen. Hab für euch hier nochmal einen ganz wichtigen Tipp und auch einen Ausblick natürlich. Es gibt noch weitere News und vor allem auch die Frage, wann ist MicroStrategy denn mal fällig mit seinen Bitcoins? Jetzt erstmal zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zu den Bitcoin2Go News. Ihr seht es hier oben und hier jetzt auch neu den Real-Life-Indikator, den ich mit der Assetwatch mache. Paar hat mich ja gefragt, was das für ein Produkt eigentlich ist. Es ist noch unscharf, ich werde mir noch überlegen, wie ich es scharf bekomme. Aber das sind wirklich die Real-Time-Kurse, die man dort sieht. Also wenn das Grün geht, dann läuft es besser, gerade in dem Video. Ich packe den Link unten in die Beschreibung für euch. Wir gucken jetzt aber erstmal hier auf die Kacheln und eben die genannten gemischten Gefühle. Wir sehen mehr Rot als Grün. Das ist jetzt nicht wirklich positiv, aber auch nicht wirklich überraschend. Mit Anbetracht der Newslage, die aktuell vorhanden ist. Makroökonomisch gut, Finanzmarkt gut, geopolitisch herausfordernd. Und dann Krypto eben auch äußerst herausfordernd. Das Ergebnis seht ihr jetzt eben hier, Rot auf Grün und ein bisschen Weiß ist auch dabei. Also sehr, sehr herausfordernd. Und wenn man sich den Bitcoin-Kurs mal anguckt, sieht man auch, wie er krampfhaft versucht, sich eigentlich von den Marken hier unten, ich habe jetzt mal die 15-Minuten-Candles aufgemacht, versucht wieder loszulösen. Das war gestern hier übrigens der Moment, in dem ja die News rumgegangen ist, dass eine Rakete, vermeintlich aus Russland oder aus der Ukraine, auf jeden Fall in Polen, zwei Leute getötet hat. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass der Markt hier nochmal leicht ins Minus geraten ist. Das Ganze wird jetzt aufgewühlt. Ich will dazu auch nicht viel machen, um ehrlich zu sein, denn das ist hier schließlich ein Krypto- und Finanzkanal. Aber das sind natürlich Einwirkungen, die auf dem Markt einhergehen. Aussorge, es könnte nochmal ein bisschen die Lage eskalieren lassen. Erholung kam wieder rein, die 17.000 konnte man trotzdem nicht zurückerobern. Und so sind wir wieder unter 17.000. Analysen gibt es kaum. Und ihr seht hier oben, ich habe jede Menge Tabs. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wie viele Tabs ich heute wieder für euch habe. Wirklich voll bepackt mit tollen Sachen oder weniger tollen Sachen. Jedenfalls, Analysen gibt es nicht wirklich viele, denn der Markt ist eben sehr, sehr emotionsgetrieben und davon getrieben, was in den nächsten Tagen und Wochen noch als nächstes rauskommen könnte. Wir wissen auf jeden Fall schon mal eins, Will Clemente teils, die Funding Rates der Futures, die sind deutlich ins Negative geraten. Negative Funding Rates könnten eben aber auch wieder der Ansporn oder der Schwung sein, den man dann in eine Hochphase mitnehmen könnte. Jetzt ist das alles noch wirklich verhältnismäßig niedrig, wenn ihr das mal hier im Vergleich seht, die negativen Funding Rates hier mit dem süßen kleinen roten Bereich. Hier, das war eine Phase, in der es ein bisschen mehr war. Vielleicht genau hier dieser Anfang, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer runtergegangen sind und dann eben diesen Bullrun nochmal gesehen haben, auf das letzte All-Time-Hyper-Bitcoin. Ich sage euch eins, es ist nur ein Katalysator. Natürlich spielt damit auch rein, dass eben FTX nicht mehr da ist und eben der gesamte Bitcoin-Markt, der gesamte Kryptomarkt in Sachen Liquidität ein riesen Loch gerissen hat. Also, ihr seht hier, wie die Liquidität aussieht. Das ist erstmal äußerst, äußerst schlecht, das Niveau. Ich meine, die Liquidität war sowieso nicht gut, aber dass wir jetzt wieder in dem Sommerloch quasi sind und auf den Niveaus ist nicht wirklich positiv. Heißt also, Volatilität ist hier auf jeden Fall an der Tagesordnung, gerade dann, wenn wirklich massive Ereignisse in diesen Markt treten. Ansonsten sehen wir vor allem, dass die Korrelation abgenommen hat. Wenig verwunderlich, sie ist auf einem niedrigen Niveau, denn während der Aktienmarkt extrem stark performt, ist es bei Krypto leider genau anders. Normalerweise waren wir jetzt die ganze Zeit im Gleichschritt und das wären wir auch gewesen, aber dann ist eben etwas passiert, was ich immer noch als Black Swan bezeichne und zumindest die Kryptoszene intern sehr, sehr aufgerüttelt hat und sehr, sehr schwierig macht, dass man hier eben gerade Vertrauen findet und es braucht eben auch Vertrauen, um in diese Asset-Klasse zu investieren. Das Risikokapital fließt also derzeit eher in die Finanzmärkte und da könnt ihr mir auch mal unten reinschreiben, wie ihr denkt, wie sich das Ganze hier noch weiter ausentwickelt, was auch vor allem die Korrelation angeht. Ich glaube, wir werden noch eine ganze Zeit weiter unter dem Schirm fahren. Schreibt mir vor allem aber auch mal rein, was denkt ihr, welchen Kurs hätten wir denn jetzt? Hätte es FTX nicht gegeben? Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Wir gucken jetzt kurz auf die Finanzmärkte drauf, wo wenig Bewegung ist. Auch hier gab es natürlich gestern Reaktionen auf den Raketeneinschlag. Man sieht das hier im S&P 500, dass es dann eben im Tagesbereich noch mal deutlich runterging. Aber auch hier hat sich alles wieder erholt, nachdem die News aufgearbeitet wurde. Also kurze Panic, um dann doch erstmal wieder Ruhe reinzubekommen. Der Euro weiter stark bei 1,04 jetzt. Das ist natürlich toll für diejenigen, die jetzt vielleicht eine USA-Reise anstehen haben. Vor allem ist es aber auch gut für die US-Wirtschaft, die man ein bisschen durchatmen kann. Denn ein starker Dollar ist Gift für die US-Wirtschaft. Am Ende des Tages aber auch genau das, was die FED natürlich will. Schlechte Wirtschaft, weniger Nachfrage und damit sinkende Inflation. Das ist gleich noch ein Thema. Ansonsten die Renditen, die Anleihenmärkte zeigen sich auch wieder leicht stärker. Aber insgesamt mit einer Tendenz, die nach unten zeigt. Die FED Fun Futures, also der Zinsgipfel, sieht aktuell wieder unter 5% aus. Das sind alles positive Signale, die der Markt mitgenommen hat. Und dann eben hier wirklich, hier scroll ich nochmal kurz hoch und gucke jetzt mal auf den Monatsbereich. Und da seht ihr ein bullischer Monat an den Aktienmärkten. Das ist auf jeden Fall mal positiv. Ja, ansonsten wie gesagt, das Thema mit der Rakete und den Toten in Polen. Das wird jetzt alles gerade aufgearbeitet. Aktuell ist die Lage so, dass man davon ausgeht, dass es vielleicht durch eine Abwehraktion passiert ist. Wie auch immer, wir widmen uns eher den Finanzthemen. Denn dafür ist dieser Kanal ja auch schließlich da. Finanzen und Krypto, beziehungsweise mehr Krypto und Finanzen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Die United States haben wieder was Frisches bekannt gegeben. Inflationszahlen, diesmal auf Produzentenebene. Die sind positiver, deutlich positiver ausgefallen als erwartet. 6,7 Prozent sind es. Der Vorkast lag bei 7,2 Prozent. Und auf der gesamten breiten Front, wie auch schon mit den letzten Inflationsdaten insgesamt, oder beziehungsweise für die Endkonsumenten, sehr positive Signale für die Fed, hier im Dezember den Zinsschritt ein bisschen entspannter anzugehen. Auf der anderen Seite gucken wir mal nach Europa und auch wenn UK nicht mehr zur EU gehört oder zur Währungsunion oder was auch immer. Währungsunion waren die nie dabei. So ist es natürlich ein Teil unseres Kontinents. Und sie haben die gleichen Probleme wie wir. Und die Inflationsdaten hier schnellen weiter an genau das, was die Bank of England prophezeit hat. In Europa wird diese Geschichte womöglich noch viel nachgelagerter sein. Und wir werden noch etwas länger oder härter unter diesen, ja, Inflations... Mir fällt kein Wort ein. Inflationsdruck. So eine lange Pause hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Video. Sollte ich vielleicht häufiger mal einbauen. Der Inflationsdruck geht auf jeden Fall runter. Und der ist auf jeden Fall noch da bei uns. Das ist jetzt mal so die Quintessenz. Um Gottes Namen. Wir gucken aber jetzt nochmal Richtung USA und eben den Zinsentscheid. Das ist das, was maßgeblich jetzt für die Bullenrallye sorgt. Die Phase, dass man jetzt davon ausgeht, dass die Zentralbank in den USA, die FED, eben wieder runterfahren wird. Nicht in negative, also die Zinsen runterdreht, sondern die Bremse etwas lockerer lässt. Und wir sind jetzt bei einem 85% oder einer 85% Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten im Dezember-Meeting. Ich sage euch, das ist für mich eigentlich fast ein 100%. Es wird so kommen, die Daten geben es her und der Markt braucht es und er wird es wohl auch bekommen. Genauso wie dann auch im Februar womöglich 50 oder vielleicht sogar nur 25 Basispunkte der Sprung sein wird. Und dann wird man abwarten. Also Inflationsdaten in den USA kurzfristig Bullish. Bitcoin über der 17.000er Marke. Und tatsächlich, der positive Aktienmarkt hält uns tatsächlich auf der Marke, wo wir gerade sind. Ich sage euch, ich habe gerade gefragt, wo würden wir stehen, wenn FTX nicht wäre, im positiven Sinne. Wenn dieser positive Momentum oder das positive Momentum am Finanzmarkt nicht wäre, würden wir meiner Meinung nach bei Bitcoin noch wesentlich tiefer stehen. Alle wichtigen Finanznews findet ihr auf meinem Finanzwissenkanal. Ihr findet den unten in der Beschreibung. Da gibt es auch noch einen zweiten Kryptokanal mit kurzen Clips. Aber schaut hier unbedingt rein, denn hier habe ich einen Ausblick gegeben. Bärenmarktrelly oder Wendepunkt? Was ist das eigentlich gerade? Ich habe nochmal alle Daten und Fakten zusammengetragen und was vor allem in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr wirklich relevant wird. Da dann eben ausführlicher. Jetzt widmen wir uns dem Drama, was wir schon kennen. Und das heißt Sam Bankman-Fried. Ich sage euch, ich werde jetzt natürlich in den nächsten Wochen immer weniger zu FTX machen, weil es auch irgendwo nervt. Ich habe dazu auch getweetet. Aber SBF hat, also der CEO von FTX oder Ex-CEO, hat nochmal getwittert, befindet sich derzeit ja in den oder auf den Bahamas. Und dann wirklich, wenn man sowas liest hier, what? Und dann happened. Er hat das nach und nach rausgehauen. Die Leute drehen durch, weil sie sich fragen, was ist denn jetzt mit ihm? Er trollt hier wirklich durchs Internet und schreibt jetzt hier nochmal ganz klar Not Legal Advice, No Financial Advice, bla bla bla. Er hat nochmal zusammengefasst, was ist eigentlich konkret passiert? So, da summe ich mal ran, sonst seht ihr ja gar nichts. Laut seinem Wissen gab es drei Fehler oder drei Fehlerquellen. Erstmal, Alameda hatte mehr Assets als Schulden. Wow. Aber die waren illiquide. Sorry, illiquide Assets können Schulden nicht aufwiegen und es muss dafür auch einen Faktor geben. Also das ist schon mal Quatsch, was er erzählt. Alameda had margin position on FTX International. Ja, das stimmt. Margin Positionen waren da. Das war dann auch der Grund, warum das Ganze mit FTT dann und durch CC Binance und die ganzen Aktionen so in die Brüche geraten ist. Er sagt, FTX US hatte genug, um alle Kunden auszuzahlen. Ja, nur blöd, wenn alle anderen Tochterunternehmen nicht genug haben und man das Geld trotzdem hin und her schiftet. Also er sagt, sein Ziel wird es in der nächsten Zeit sein, vor allem die Endkonsumenten, also seine Kunden auszuzahlen, irgendwie das Ganze wieder hinzubekommen. Er will sich mit Regulatoren treffen und Offenheit zeigen. Sein Ziel, alles aufräumen, für Transparenz sorgen und Customer eben, und das sagt er immer wieder, zu entschädigen oder zumindest zu versuchen. Dann erklärt er nochmal, wie das alles entstanden ist und, und, und und, und was sein Fehler ist. Sagt dann aber gleichzeitig nochmal, hey Leute, wir hatten doch genug Assets. Ja Leute, trotzdem. Und das muss man doch auch wirklich verstehen. Also das zu schreiben ist irgendwie so eine Perversion. Man nimmt doch nicht das Geld der Kunden, um seine Schulden zu bedienen. Und, also, ja, da fällt mir nichts zu ein. Ich weiß nicht, was er für Hoffnungen hat, Truth and Beauty, ich weiß nicht, ob er hofft, dass er da auch wieder rauskommt und wieder zurückkommt. Ich kann sagen, da gibt es nur eine Antwort auf die Frage, wo es hingeht für ihn und das ist definitiv ein Gefängnis. Twitter ist sowieso jetzt sehr, sehr voll mit all diesen News und ich versuche immer alles für euch bestmöglich zu aggregieren. Und Adam Codron hat sehr, sehr gute Zusammenfassungen immer gemacht und hat das Debt-Sheet, also das ganze Sheet nochmal auseinandergenommen und wirklich hier die Frage gestellt, was erzählt denn Sam Bankman-Fried da für Sachen. Wenn ihr da mehr lesen wollt, ich teile alles auf meinem Twitter-Kanal, retweete das und hefte das auch an diesen Tweet hier an. Warte mal, wo ist er? Zeige ich euch gleich. Also ich habe was angepinnt, da werde ich alles weitere zu FTX einfach mit reinpacken. So seid ihr da auch immer im Loop, wenn nicht auch immer alles dann hier bei YouTube in voller Länge kommen kann. Aber man setzt schon große Fragezeichen hinter, was er denn da jetzt erzählt und dann wird es noch spannend. Denn das hat man als Deutscher geteilt und viele, viele andere. Das sind die Meeting Notes von einem Treffen von dem CEO oder von der CEO von Alameda, die hier nochmal die Hosen runtergelassen hat und gesagt hat, hier Leute, so ist es gewesen, das ist tatsächlich passiert. Und auch Sam Bankman-Fried erzählt immer mehr beide, also sehr offen, weil sie jetzt einfach sagen, okay, wir lassen jetzt alles raus. Und das wirft nochmal ein großes Fragezeichen mit sich. Erstmal erzähle ich euch aber kurz, was hier steht. Ihr könnt auch gerne pausieren, im Detail durchlesen. Die Quintessenz ist auf jeden Fall mal, dass FTX sich komplett übernommen hat. Sie haben Luxusimmobilien gekauft, sie haben Haku, neues Haku wollten sie bauen auf den Bahamas. Alles natürlich sauteuer und schön auf Schulden. Alameda hat Kohle gebraucht, weil eben das ganze Rad um Luna zusammengecrashed ist. Dort war dann die ersten Liquiditätsengpässe zu spüren. Und ich habe schon damals gesagt, dieser Rattenschwanz wird noch ganz, ganz lang, weil sehr, sehr viele Player involviert waren. Celsius und andere Pleiten hat es ja schon gegeben. Aber die Quelle ist eben auch hier. Natürlich ist der ganze Fehler von FTX erstmal bei Sam Bankman viel zu finden. Denn er hätte Alameda auch Pleite gehen lassen können oder in Schwierigkeiten bringen können. Stattdessen hat er sich entschieden, Kundengelder zu nehmen. Und da kann er noch so viel sich Entschuldigung und Transparenz sorgen. Das ist ein Verbrechen. Und ja, dann sieht man eben hier die Luna-Geschichte und was mit Theo Capital und allen anderen passiert ist, um dann am Ende eben zu erzählen, wer wusste eigentlich davon. Und sie sagt, es sind nur vier Leute, die letztendlich davon wussten, dass diese Funds genutzt wurden. Also eine sehr, sehr schmutzige Geschichte, wo es immer mehr ans Licht kommt. Und da wirft man sich doch die Frage auf, warum dann eine New York Times einen recht positiven Bericht ohne jedwede Wörter wie Fraud, Criminal, Substance Abuse, Friends and Family, Bahamas oder was auch immer. So viele Begriffe, die nicht erwähnt werden in dem Artikel. Nicht mal der Hack, Stolen Funds oder sonst irgendwas. Man versucht hier Sam Bankman-Feed noch positiv darzustellen. Hier wurde natürlich direkt der Vorwurf laut, dass das Ganze gekauft ist. Frage mich auch, wo da der Journalismus bleibt. Denn wirklich positiv kann man da nichts dran sehen. Ich weiß nicht, was er gerade für eine Kampagne fährt. Eben versucht irgendwie sich nochmal gut zu machen, damit er vielleicht nicht so lange im Gefängnis sitzt. Aber Will Clemente sagt das, was ich auch denke und was mich wirklich komisch fühlen lässt. Es war noch nie einer so transparent. Erinnert euch an Luna, da war nichts dann transparent. Da wurde ein bisschen erzählt und hier und da. Bei allem, was gescheitert ist, keiner lässt die Hosen komplett runter. Und was jetzt die beiden CEOs machen, Sam Bankman-Feed und Caroline von Alameda, das ist schon komisch. Die Frage ist, ist da noch mehr? Ja, ich sage euch eins, ich schließe mich den Spekulationen auf jeden Fall nicht an. Ich werde einfach alles teilen, was ich finde, was ich für teilenswert halte. Habt das wie gesagt in meinem Twitter-Kanal, findet ihr auch unten in der Beschreibung den Link. Alle Infos zu FTX und was da noch alles kommen wird, angepinnt, damit ihr das immer direkt findet und seht ihr dann auch alles sofort. Wir widmen uns weiter, denn ich sage auch, what's next? Und ja, das nächste Thema ist auch wieder ein Thema, was ihr kennt. Der Contagion-Effekt. Der Effekt, dass eben Ansteckungsgefahr gibt. Die Pleite, die zu anderen Pleiten führt. Und vor allem haben wir erstmal den Hack noch vor uns, denn der FTX-Hacker, darf man auch nicht vergessen, das Ganze wurde gehackt intern, komischerweise. Ja, was ein Zufall. Und der Hacker hat jetzt alles getauscht in ETH. Das heißt, dieser Hacker hat gerade über, oder fast 230.000 ETH, das sind 280 Millionen US-Dollar. Das ist die größte Position, das ist der größte Whale im Markt. Die Frage ist, was macht der Hacker jetzt damit? Dass er darauf nicht immer sitzen bleiben wird, sollte klar sein. Wie er Verkaufsdruck ausüben wird, ich meine, die Börsen sind natürlich hinterher, ihn nicht reinzulassen, aber es gibt noch Möglichkeiten. Das heißt, hier ist auf jeden Fall Verkaufsdruckgefahr, was nicht nur ETH dann unter Druck setzen wird, sondern eben auch natürlich andere Assets. Ansonsten haben wir noch diese News, was die Contagion angeht. Die nächste Börse ist pleite. Liquid, wenig überraschend. Und FTX hatte sie übernommen, wo FTX kein Geld mehr hat, hat Liquid wahrscheinlich auch keins mehr, denn das Geld war wahrscheinlich auch schon wieder bei Alameda. Also, auch das ist weg. Ich hatte die Börse eh nicht auf dem Schirm, es sind, glaube ich, noch ein, zwei andere Börsen in Schieflage geraten. Und auch wenig überraschend, deswegen habe ich geschrieben, not breaking oder no breaking. Breaking, denn Twitter ist auch voll, Leute, da drehe ich ja wirklich auch am Rad, ne? Also, immer nur breaking, breaking, breaking. Ich kann es auch nicht mehr hören. Also, ich meine, wie viel Breaking News soll es denn noch geben? Man merkt eben, und das ist ganz normal nach so einer Phase, wo es extreme Aufmerksamkeit gab und gibt, dass man natürlich versucht, da noch ein bisschen was dran zu ziehen. Ihr wisst, ich hatte euch zu den YouTube Thumbnails und zu den Titeln auch schon was erzählt. Nehmt da auch nicht alles für voll, deswegen auch hier immer mal wieder der Real Talk. Ich ordne die Infos für euch dann eben entsprechend ein. Und trotzdem gilt immer die Regel, das ist meine Perspektive und das sind hier meine Meinungen und Ansichten. Bitte, bitte, holt euch auch andere Quellen dazu. Wartet auch bei Sachen nicht auf mich, dass ich euch irgendwie erzähle, was ich dazu denke, sondern macht euch selber ein vollumfängliches Bild. Vielleicht ist meine Meinung ein Bestandteil davon, aber wichtig ist, dass ihr da wirklich für euch komplett eben eine vernünftige Grundlage habt. Also BlockFi und SaltLanding sind pleite, beziehungsweise BlockFi jetzt offiziell und SaltLanding hat Auszahlungen gestoppt. Also hier ist auch nur eine Frage der Zeit, bis der Service dann auch flöten geht. BlockFi hatte auch die Involvierung mit eben FTX und ohne FTX wären die eh schon pleite gewesen. Also auch hier die Spätluna-Folgen und dann eben FTX-Folgen, wenig überraschend. Und wir haben ansonsten noch viele, viele News hier. WooBlockchain ist zum Beispiel ein Channel, den ich in letzter Zeit dann auch viel teile, weil er sehr viel zu dem Thema bringt. Zum Beispiel Huobi, die ja auch so ein bisschen fragwürdig mit ihrer Transparenz jetzt umgegangen sind. Ich hatte Gate.io schon als Thema, wir hatten Crypto.com als Thema. Nicht jeder hat diese Transparenzphase oder wird diese Transparenzphase wirklich gut überstehen, was so den Nutzen der Plattform angeht. Dass sie dann in die Knie gehen, glaube ich, jetzt noch nicht zwingend. Aber Huobi räumt auf und da soll ein bisschen mehr Ordnung rein. Wird, glaube ich, allerlöchste Zeit, dass bei vielen Börsen aufgeräumt wird. Bybit genauso und viele, viele andere Börsen. Grüße gehen hier raus an Holger vom Blockchain Center, der uns hier ein Proof of Reserves-Statusseite gemacht hat. Da sehen wir eben, wer hat schon Proof of Reserves, also Transparenz, gemacht? Wer hat sowieso ein Audit und die Links dazu? Kraken, Coinbase, Gate.io sind safe. Gate.io eben trotzdem mit einem großen Fragezeichen. Und hier sage ich eben das, was ich auch im letzten Video gesagt hatte. Für mich ist ein echter Proof of Reserves eigentlich nur wirklich die volle Transparenz der Wallets und Nachvollziehbarkeit. Denn nur dann kann man wirklich auch real-time tracken, was eigentlich gerade alles passiert. Und wenn es Abflüsse gibt, sieht man das. Und man sieht dann eben auch, wenn solche Börsen ein bisschen komisch unterwegs sind. Ansonsten, viele Sachen kommen noch, stehen noch aus und so einen richtig offiziellen Audit hat ja zum Beispiel Binance nicht, weil er hier keine volle Regulierung gibt. Aber Binance will mehr Transparenz zeigen und CC ist ja jetzt gerade sehr, sehr breit aufgestellt und hat nochmal sechs Tipps gegeben oder Commitments for Healthy Centralized Exchanges. Also die Commitments, die jede Börse machen sollte, um gesund zu sein und den Nutzern zu dienen. Erstmal, Risk Averse with User Funds. Also Risk Averse, sollte man vielleicht sogar sagen, gar keine Risiken. Also ich muss wirklich sagen, User Funds sind natürlich zum Teil bei einer Börse in Hot- und Cold-Wallets, aber die gönnen die Cold-Wallets. Sicher und safe. Native Tokens, immer ein schwieriges Thema. Nicht als Collateral nutzen, vielleicht am besten sogar gar keine Native Tokens haben. Ich habe unten in der Beschreibung zum Beispiel auch einen Link zu BingX, die man mal testen kann. Die haben keine Native Tokens. Ein positives Argument für diese Börse. Aber ich werde auch noch weitere Börsen in den nächsten Wochen für euch testen und nochmal unter die Lupe nehmen, damit ich euch ja bestmöglich da Börsen und Alternativen zur Verfügung stelle. Findet ihr natürlich auch auf der Website. Ansonsten, Share Live Proof of Assets. Richtig. Nur die einzig richtige Möglichkeit. Keep strong reserves. Hier steht es. Natürlich sollte man gut gesichert sein, falls dann doch mal ein Hack oder sonst irgendwas passiert. Da kann man dann vielleicht manchmal auch nichts für. Trotzdem auch kein Leverage. No excessive leverage. Am besten vielleicht sogar gar kein Leverage. Und vor allem die Sicherheitsprotokolle stärken, damit eben kein Hacks oder sonstiges passieren. Bin ich d'accord. Finde ich gut. Aber sollte eigentlich für mich selbstverständlich sein. Kommen wir zu weiteren Folgen. Wir sind noch nicht fertig, liebe Leute. Und es tut mir leid. Ich weiß, das wird wieder ein bisschen länger. Aber gleich hinten raus wird es kürzer. Meiner Kapitulation. Sie wird kommen. Mit sinkendem Bitcoin-Kurs steigt der Druck auf die Miner. Und jeder Wechsel von einem Bären in einen Bullenmarkt hat eine Meiner Kapitulation gebraucht. Es gibt noch jemand anderen, von dem Leute denken, er würde gleich kapitulieren. Und das ist dieser Kollege, der CEO oder Ex-CEO von MicroStrategy, Michael Saylor. Da ist sich ja mal die Frage, der hat doch auch gelevaged. Also der hat doch gehebelt auf Kredit Bitcoin gekauft. Nicht wenig, 115.000 Stück. Und er hat jetzt nochmal ein Interview gegeben bei Coindesk. Und außerdem, das auch alles im Mai schon gepostet und transparent gezeigt, wann wird dieser Mann ausgehebelt. 115.000 Bitcoin und sein Preis, den er nennt, sind 3.562 US-Dollar. Ab dann müsste man neben dem Bitcoin als Collateral noch weitere Assets als Collateral hinzufügen, also als Sicherheit, um diese Summe von 410 Millionen, die ja auf die Kreide genommen wurden, abzusichern. So, wichtige Erkenntnis. Also die Grenze ist bei 3.500. Ich glaube nicht, dass wir diese Zahl sehen. Und er hat immer noch dann selber in der Hand mit Assets zum Beispiel aus der Company, das Ganze abzusichern. Also dieser Mann geht auf Null, wenn Bitcoin auf Null gehen sollte. Das schwöre ich euch. Ansonsten, alle wichtigen Infos und Informationen, bitte Leute, checkt immer unten die Beschreibung. Da ist auch meine Website verlinkt. Da findet ihr auch Vergleiche, Kryptobörsenvergleich. Wir werden das alles nochmal überarbeiten, auch mit den neuen Transparenzsystemen. Auch für euch dann nochmal mit Kriterien, die transparent sind. Die Checkliste mit den wichtigsten Krypto-Apps, die besten Krypto-Wallets, Hardware-Wallets. Da kommt auch ein Video zu. Und Steuertools und natürlich ganz, 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 ganz viele News. Wir widmen uns weiter unserer persönlichen Krise. Und hier wäre vielleicht mal eine kurze Pause gut gewesen. Ich bin schon bei 23 Minuten. Ich gebe jetzt Vollgas. Es hat sich nicht viel getan. Das Interesse geht natürlich aufgrund der FTX-Krise ein bisschen höher. Ich sage euch, das knallt genauso schnell wieder runter, wie es hochgegangen ist. Ansonsten sehen wir vor allem auch das institutionelle Interesse. Hier nochmal der Beweis. Der GBTC ist mittlerweile bei 42% Discount. Das ist völlig geisteskrank. Keiner will das haben. Und zeigt, der Markt ist gebrochen. Wir sehen den vielen Greed-Index bei 23. Hier auf jeden Fall extreme Angst im Markt. Und dann haben wir sonst noch die Bitcoin-Dominanz. Da tut sich nicht viel, wie auch bei der Altcoin-Season. Alles in Seitenlage. Was ich spannend finde, wenn euch Fußball interessiert, ist gerade die Aktion bei Sorare. Da will ich jetzt nicht zu viel zu sagen. Vielleicht nehme ich es ins nächste Video einfach nochmal mit rein. Auch da habe ich einen Link für euch unten in der Beschreibung. Wenn ihr das Spiel mal testen wollt. Ich spiele das ja seit zwei Jahren. Das ist so ein Fußball-Sammelkartenspiel für Fußballinteressierte. Und die haben jetzt eine Aktion mit dem World Cup. Das heißt, wenn ihr da mitmachen wollt, einfach anmelden. Könnt ihr den Link gerne nutzen. Kostet nichts. Denn jetzt könnt ihr dafür 100 Punkte dann quasi aus dem Weltkader Karten nehmen. Und für euch dann regelmäßig eine Aufstellung machen. Und wenn ihr Glück habt und richtig gutes Händchen vielleicht habt, was den Weltcup angeht, könnt ihr hier erstmal natürlich noch weitere Karten gewinnen. Weiße Karten, also Common Cards, die jetzt nicht so viel bringen. Aber tatsächlich auch wirklich Geld. Wenn wir uns das hier nämlich mal angucken. Es gibt 100.000 Series Cards. Also spezielle Karten nur für die WM. Das Ganze könnt ihr dann später auch im Spiel einsetzen. Und 5.000 Limited Cards. Also die sind wertvoll. 6 ETH und noch mehr Preise. 17 ETH. Wie er pietig ist und habt ihr nicht gesehen. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ist jetzt meiner Meinung nach auf jeden Fall die beste Chance. Abschluss des Videos. 25 Minuten sind wir schon. Um Gottes Willen. Ah. Der Markt. Wie sehen die Gewinner und Verlierer aus? Wir haben Chilis oben. Auch hier. Bisschen WM-Romantik. Aber ansonsten nur rumgezocke. So ein Terraluna Classic und so hat da nichts zu suchen. Die Gegenseite sind die Gewinner zuletzt gewesen. Trust Wallet wird natürlich jetzt abverkauft. Und so sehen wir insgesamt einfach immer noch ein sehr gemischtes Feld mit einer leichten Tendenz nach unten. Und deswegen sage ich euch, um jetzt auf den Ausblick zu kommen. Wir sind noch nicht durch. Das ist glaube ich jedem klar. Wir sind in der Buy Zone drin. Wir sind in der tiefen Depression. In der Phase, die hier runter reingerutscht ist. Aber noch nicht hier. Wir sind nicht im Disbelief. Wir sind noch nicht unten. Und wir sind immer noch in der Frage, woher die Kraft, um vielleicht nochmal einen kleinen Anstieg zu finden. Ich empfehle euch wirklich, guckt euch das Video zur Frage an, ob es eine Bärenmarktrallye oder ein Wendepunkt ist. Der makroökonomische Faktor ist der, der überhaupt uns noch aus diesem Loch gerade bei Krypto raushieven kann. Ob er stark genug ist, bleibt erstmal ein Fragezeichen dahinter. Zieht es euch rein. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wie ich aktuell denke. Im nächsten Video mache ich den Ausblick wieder ein bisschen ausführlicher. Aber ich denke, jetzt habt ihr erstmal alle Infos und Informationen. Sorry, dass es so lange dauert im Moment. Aber es sind so viele Infos. Ich will so viel wie möglich teilen. Guck aber, dass ich mehr Videos mache und dadurch auch weniger Zeit für ein Video brauche. Ich hätte zum Beispiel auch einen Teil morgen machen können. Aber der ist ja vielleicht nicht mehr so aktuell. Schreibt mir mal runter, was ihr dazu denkt. Tut mir sehr, sehr leid. Wenn es euch trotzdem gefällt, sehr gerne ein Like da lassen. Kommentare unten rein und teilt gerne das Video, wenn es anderen hilft an der Stelle. Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und dann jetzt erstmal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.